Lieber zu früh als überhaupt zu früh oder zu spät an dieser Stelle und herzlich willkommen Filmfans zu einer neuen Produktvorstellung. Heute beschäftigen wir uns erstmal das allerletzte Mal mit Freitag 13. auf unbestimmte Zeit. Heute geht es um Freitag 13. das Remake, Sequel, Reboot aus dem Jahre 2009 von dem guten Markus Nispel, der 2003 mit seinem Text aus Shane's Massacre Remake, auch unter der Produktion von Michael Bay, quasi diese Horror-Remake-Welle so richtig losgetreten hatte, aus der einige richtig gute, teils sogar bessere Filme hervorgegangen sind, aber es gab auch einige, die hätte man sich definitiv sparen können. Ich sage an dieser Stelle nur so Fog. Und ja, es hat nunmehr fast acht Jahre gedauert, bis es der Killer Cut überhaupt mal in den deutschsprachigen Bereich geschafft hat. Zuvor gab es diese um gut 9 Minuten, 46 Sekunden längere Schnittfassung nur halt in den USA oder UK auf DVD und Bray zu kaufen und jetzt wurde quasi dieser Teil innerhalb dieser Mediabook-Reihe noch ausgewertet. Obwohl sich der Release eigentlich auf den dritten, achten verschoben hatte, aufgrund von produktionstechnischen Problemen ist das Teil jetzt doch knapp eine Woche nach den anderen drei Teilen rausgekommen. Also konnte man dieses Problem schneller ausmerzen als gedacht und ja, jetzt können wir uns mehr oder weniger dann noch dem letzten Mediabook zuwenden und am Ende wird es natürlich ganz klar ein kleines Resümee und Fazit von meiner Seite ausgeben, was diese jetzt unkomplettierte Reihe an sich angeht und was vielleicht in Zukunft noch passieren mag mit den Filmen, die mehr oder weniger noch fehlen. Ja, ich habe natürlich in meiner Sammlung noch die anderen beiden, DVD und Bray, für euch rausgekramt, ich von diesem Film schon länger hatte, also mehr oder weniger eigentlich schon nach Erscheinen, nachdem der Film im Heimkino-Bereich ausgewertet worden ist und natürlich hier in Deutschland kam natürlich nur die Kinofassung raus, Paramount hat sich mal wieder geweigert, die längere Fassung rauszubringen, so war es damals auch bei Ruinen gewesen. Das lag sicherlich nicht nur daran, dass man eventuell Probleme befürchtete wegen der FSK-Freigabe, sondern auch deswegen, weil der Film selber hierzulande eher ein kapitaler Flop war. Er hat im Grunde genommen kaum jemand interessiert, die meisten haben dann diese Neuauflage dieses Franchises dann erst in den Videotheken, halt erst im Heimkino wieder für sich entdeckt und da dürfte der Film sicherlich ganz ordentlich gelaufen sein. Interessant ist ja auch, dass 2009 die beiden Darsteller aus Supernatural, Gerald Padalecki, der in Freude 13 die Hauptrolle hat und Jensen Eccles, der dann in My Bloody Valentine 3D in dem Remake, die Hauptrolle hatte, sich dann so einen kleinen Battle am Box-Office geliefert hatten, zumindest in den USA. Beide Filme haben doch sehr gut abgeschnitten. Es war auch ein Sequel für die Neuauflage von Nispel angedacht gewesen für 2010. Die hat man dann allerdings verworfen, weil man davon ausgegangen ist, dass dieses Sequel dann weitaus weniger Geld einspielen würde. Es war sogar noch eine TV-Serie geplant gewesen. Die wurde allerdings dann doch auf Eis gelegt und ja, durch den Misserfolg von Rings Anfang des Jahres wurde dann auch die Produktion des neuesten Freitag 13. Teils, der ja auch in diesem Jahr in die Kinos kommen sollte, dann letztlich auch komplett gestoppt und gecancelt. Also der Film stand eigentlich kurz davor, produziert zu werden, gedreht zu werden und dann hat Paramount mehr oder weniger die Notbremse gezogen und hat gesagt, nee, daraus wird nichts. Rings hat einfach zu wenig Geld eingespielt. Und daran sieht man erst recht, wie Horror-Filmfan unfreundlich dieses Studio beziehungsweise Label ist, wenn man noch bedenkt, wie viel Geld sie in den 80ern eigentlich mit den meisten Teilen eingenommen haben, von denen sie die Rechte haben. Und ja, dieser Lizenz-Deal zwischen 84 Entertainment und Paramount ist halt so eine Sache für sich, aber Ruin dürfte jetzt auch irgendwann mal als Mediabook rauskommen, dann in der längeren Unrated Version. Allerdings auch nur mit deutscher Untertitelung bei den ganzen neuen Szenen, so wie es hier auch bei dem Killer-Cut an sich ist. Und ja, ich komme jetzt auf jeden Fall erstmal zu den Versionen, die ich von dem Film eigentlich habe. Und da haben wir natürlich ganz klar erstmal die normale, reguläre DVD. Erst auf Lager hier von Paramount, die ohne Wende-Cover daher kommt, mit einem recht hübschen Cover, wo man natürlich den guten Jason sieht. Man sieht, dass er eigentlich eine relativ große Statur ist, relativ schlagsig ist. Er wird von Derek Mears verkörpert, der eigentlich einen richtig guten Job gemacht hat, da Jason hier wieder von den Drehbuchautoren menschlicher gemacht worden ist. Er ist auch jemand, der in gewisser Weise über sowas wie eine Intelligenz verfügt. Er kann Bärenfallen aufstellen, er kann sehr gut mit dem Bogen umgehen. Also das ist ja ein ziemlich guter Schütze. Das ist damit zu erklären, dass er als Kind sehr oft bei solchen Turnieren, wo es natürlich um Bogenschießen geht, sehr oft gewonnen hat. Man sieht sogar in einer Szene, aber da muss man zweimal hin schauen, wenn da diese beiden Jugendlichen da am Anfang des Films in diese heruntergekommene Hütte kommen, so ein paar Auszeichnungen sogar an der Wand hängen oder auch stehen. Das ist auch eine Sache, von der ich vorher nie wusste. Darauf wird auch ein bisschen im Booklet des Mediabooks drauf eingegangen. Und mir selber kennt man vor allem als Stuntman, aber auch als Darsteller meistens von irgendwelchen Monstern oder Killern, wie zum Beispiel in Hatchet 3 oder in The Hills Have Eyes 2, wo er Chameleon verkörpert hat oder in Man in Black 2 auch, wo er als Alien mit von der Partie war. Und er macht das hier eigentlich richtig gut. Deswegen wäre er eigentlich pregestioniert gewesen für einen weiteren Teil, aber daraus ist ja leider nichts geworden. Ja, ansonsten bietet die DVD eine wirklich gute Qualität. Ja, der Film ist von 2009, hat natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber es ist wirklich ordentlich. Es wurden ja eigentlich so gut wie alle Extras übernommen. Es wurden für die deutschsprachigen Releases auf Blu-Ray und DVD natürlich ein paar Extras weggelassen, wie der Picture-in-Picture-Travia-Track und auch das Feature mit den besten sieben Kills aus diesem Film. Und dann kommen wir natürlich bis zu der bis dato besten VÖ für mich. Ich würde sogar immer noch sagen, dass es nach wie vor die beste VÖ ist, und zwar diese US-Import Blu-Ray, die natürlich ohne deutschen Ton daherkommt, immerhin alle beiden Filmfassungen auf einer Disc drauf hat. Und wo es natürlich interessant ist, ansonsten moderne oder auch alte Horrorfilme, von denen es Unrated-Fassungen gibt, die kommen eigentlich in der Regel nur Unrated raus und werden nicht der MPHA vorgelegt. Hier war es allerdings so, dass man doch zur MPHA gegangen ist. Und dadurch hat der Film dann auch ein R-Rating bekommen, wie man hier natürlich ganz klar sieht hier an diesem. Und es gab eigentlich nur den einzigen Zusatz Nudity, Nacktheit. Ja, insgesamt wurden zwölf Szenen mit erotischem Material ein bisschen aufgefüllt, einiges an Alternativmaterial quasi. Es gibt immerhin dennoch 15 Szenen mit Gewalterweiterung, wo natürlich auch viele Vergleiche aufkamen mit dem auch von Michael Bay produzierten Texas Chainsaw Prequel The Beginning. Vor allem eine bestimmte Szene, wobei Samus vom Härtegrad liegen doch zwischen beiden Filmen deutliche Welten. Samus Moor, der Killer Cut ist etwas Skorig ausgefallen. Es gibt insgesamt fünf neue zusätzliche Szenen und es gibt neun Szenen, die insgesamt von der Story her etwas erweitert wurden. Und ja, das macht schon einen gewissen Teil aus. Es gibt hier einige alternative Szenen und einiges zu entdecken, sagen wir mal so, wenn man diese Version des Films noch nicht gesehen hat. Ja, das Mediabook ist so, wie alle bisherigen Mediabooks aus dieser Reihe gestaltet worden. Es ist jetzt auch mehr oder wenn ja der letzte Titel, der innerhalb dieser Reihe rauskommt, dann ist natürlich fraglich, wie man dann weiter verfährt mit der Lizenz. Ob man dann erstmal ganzen Filme normal in den deutschen Handel bringt, natürlich in schlichteren Cases, aber auch mit dem kompletten Bonusmaterial oder ob man dann weitere Mediabooks-Auflagen bringt oder Hardboxen, sei es mal hingestellt, was dann noch kommt. Allerdings ist dieses Mediabook zwar auf 2000 Stück limitiert wie alle anderen, aber es ist hier immer wieder keine individuelle Limitierungsnummer drauf zu finden. Also die müsst ihr euch selber ausdenken, sagen wir es mal so. Da war wirklich Paramount Hart an dieser Stelle. Er hat gesagt, nein, keine Limitierungsnummer und auch kein 84-Logo auf der Verpackung selber. Deswegen haben wir hier wieder diesen schönen Viertelschuber an sich, der auch wieder so klassisch gestaltet ist, dass wir hier mehr oder weniger hier auf der rechten Seite quasi oder auch links, von links aus gesehen, die Hauptfigur haben, Jared Padalecki und auf der anderen Seite natürlich den guten Jason. Und die beiden sich mehr oder weniger anschauen. Man könnte glatt denken, der gute Jason lädt ja jetzt den guten Jared zu Kaffee und Kuchen ein. Es war ein anstrengender Tag mit viel Geschnetzel und Gemetzel und dann würde man ein bisschen entspannen. Und ja, hier würde ich eher so auch den Zusatz 3Disc Limited Special Edition am meisten bemängeln. So, man kann natürlich alles doppelt und dreifach auf die Discs draufpacken. So ist es hier schon fast. Aber man hätte sich auch sagen können, komm, wir machen nur zwei Discs. Es gab früher schon DVD-Auflagen, da waren zwei Filmfassungen auf einer DVD und das hat der Qualität dennoch nicht geschadet, auch wenn man das Bonusmaterial weggenommen hat oder bisschen wegrationalisiert hat. Kann ich es hier nicht verstehen. Da hier mehr oder weniger auf den beiden DVDs, die ja noch beiliegen, auf einer die Kinofassung dabei ist und auf der anderen der Killer Cut. Aber die Kinofassung selber ja eigentlich auf der DVD mit drauf ist, wo Bonusmaterial draufsteht und dort nicht mal das komplette Bonusmaterial drauf ist. Dafür natürlich auf der kompletten Blu-ray an sich, wo dann auch noch die Kinofassung unter den Extras anwählbar ist. Ja, gut. Dann schauen wir jetzt natürlich erstmal den Viertelschuber an, was geachtet worden ist. Da kann man definitiv nicht meckern, muss ich sagen. Auf der Rückseite haben wir natürlich wie das übliche Prozedere aus der Inhaltsangabe und natürlich noch ganz klar ein paar Filmszenen an sich, die Credits und die Zusammenfassung der technischen Daten und der Lauflänge der Extras an sich, die mich ein bisschen irritiert. Aber dort dürfte man in die 157 Minuten den Picture-in-Picture-Trivia-Track mit reingerechnet haben. Audio-Kommentare gibt es hier diesmal nicht. Dafür gibt es zwei Features. Hier zusammen insgesamt 22 Minuten gehen, dann gibt es noch die besten sieben Kills, dann gibt es noch zusätzliche und entfernte Szenen, wobei es hier eine alternative Szene gibt, die ich viel lieber im Film gesehen hätte, als die Szene, die man dafür benutzt hat. DVD-Version ist nach wie vor kein Extra und das wirklich sehr informative 28-seitige Booklet von Christoph N. Kallerbach. Da kann man definitiv nicht meckern. Und dann werfen wir natürlich ganz klar einen Blick auf, dieser wieder sehr schöne Haptik-Optik des Media-Box, was wieder dieser sehr schönen Leder-Optik daherkommt. Da kann man echt nicht meckern. Ich muss sagen, das ist mit der anderen einer der besten Masken-Motive überhaupt, was man innerhalb dieser Media-Book-Reihe bringen konnte. Das Bein ist auch wieder gut gestaltet, passt von der Kontinuität auch wieder sehr gut zu den anderen Teilen und hier natürlich ganz klar das Innenleben der Maske. Ja, dann kommen wir natürlich zu den Innereien des Media-Books und hier haben wir erstmal auf der linken Seite die Blu-ray, die den Killer-Cut und die Kino-Fassung samt dem kompletten Bonus-Material enthält. Hier drauf sieht man natürlich den guten Jason, bevor er mehr oder weniger zu der legendären Eishockey-Maske kommt, noch mit dem stilvollen Jutesack über dem Kopf. Dann haben wir auf der rechten Seite die DVD mit dem Killer-Cut und einigen Bonus-Materialien und oben die vermeintliche Bonus-Disc, sagen wir es mal so, die allerdings nicht wirklich eine richtige Bonus-Disc ist, wo nur ein paar Extras drauf sind und die Kino-Fassung des Films. Im Hintergrund haben wir natürlich ganz klar ein schönes Innenmotiv, was mir auch sehr gut gefällt. Ist eines dieser bekannteren Motive, wo diese junge blöde Dame vom Wasser aus plötzlich am Waldrand Jason stehen sieht. Finde ich sehr gut umgesetzt von der Stilistik her und dann schauen wir uns natürlich ganz klar unser Booklet an, wo natürlich ganz klar darauf eingegangen wird, auf diesen Remake-Wahn im Horrorbereich, der durch TLCM entstanden ist und das mal die Filme relativ günstig produzieren konnte und wie die Autoren auf die Idee gekommen sind, den guten Jason Borges wieder menschlicher anzulegen. Dann ganz klar auch den Erfolg des Films, dann geht es natürlich ganz klar auch wieder um die Schnitte, die man für die Kinofassung immerhin vornehmen musste. Also in der Killer-Cut-Fassung sind die ganzen Kills wirklich in voller Länge zu bestaunen. Hier natürlich ein schönes Bild in der Mitte. Und ansonsten wird natürlich auch noch darauf eingegangen, was für Auswirkungen dieses Remake von Freitag der 13. hatte und es gibt noch einschneidende Erlebnisse von Daniel Gores, der sich nicht nur über Freitag der 13. äußert, sondern auch über einige andere Klassiker aus den 18ern, die er gesehen hat. Und auf der Rückseite natürlich ein ganz kleiner Text, Epilog aller Neuanfangen schwer. Da wird auch nochmal drauf eingegangen, dass das Sequel, was 2010 geplant war, auf Eis gelegt worden ist. Genauso wie die TV-Serie und dass mehr oder weniger auch das erneute Sequel oder Film, der geplant war, ja auch leider gecancelt worden ist aufgrund des Misserfolges von Rings. Ja, nächstes Jahr gehen natürlich die Rechte wieder zurück an New Line Cinema und Warner Bros. Vielleicht schaffen dies dann einen neuen Freitag der 13. Teil zu produzieren. wäre natürlich eine feine Sache. Da würde ich mich definitiv mal drüber freuen, vor allem wenn ich daran denke, dass auch einstmals innerhalb der Supernatural-Serie einer der allerersten Staffeln sogar ein Auftritt von Jason geplant war, aber der nie zustande gekommen ist. Ich fand, das war eigentlich eine ganz nette Idee, aber man hat irgendwie nie was draus gemacht. Und ja, wenn man die Teile natürlich nebeneinander stehen hat, hat man natürlich eine wirklich sehr, sehr schöne, passende Mediabook-Reihe, die allerdings leider jetzt unkompletiert ist. Und da haben wir natürlich noch die anderen Teile mehr, beziehungsweise das Crossover, die ja dann mehr oder weniger auch drauf warten, eventuell nochmal in einer Sonderverpackung aufgelegt zu werden. Und im Hintergrund brodelt natürlich schon die Gerüchteküche, aber es wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen, ob dem wirklich so ist, weil es ist halt die Frage, ob jemand anders sich die Rechte angelt, dann eigentlich so genau was Gleichwertiges auf die Beine stellt, was den Look der Mediabooks an sich oder der VÖ an sich angeht oder einen komplett anderen Weg geht. Und das dürfte natürlich ganz interessant anzusehen sein. Ansonsten muss man einfach sagen, ist es halt, wenn man einmal damit anfängt, dann kann man halt nicht einfach damit aufhören. Natürlich, es gibt Leute, die haben nur einen Lieblingsteil, also den holen sie sich dann halt in dieser Fassung. Und ansonsten bleiben sie bei den normalen, regulären DVD-Auflagen. Bei mir war es so gewesen, ich möchte natürlich alles zusammen haben, obwohl es wirklich unkomplett ist. Auf der anderen Seite, ja, die Hellraiser-Filme kamen auch nie in Gänze im Mediabook raus, was ich auch okay finde, weil irgendwann war die Qualität einfach nicht mehr gegeben, was die Filme angeht. Oder auch Halloween, was ich auch, wo ich eigentlich nur einen Teil im Mediabook habe und den Rest habe ich in verschiedenen Fassungen. Ja, wird sich natürlich mal wieder zeigen. Auf der anderen Seite, ganz klar, vom Preis her sind die Dinger schon echt gepfeffert, muss man einfach mal sagen. Für den Preis von vielleicht gerade mal zwei Mediabooks bekommt man auch die Complete Collection aus den USA, wo alle Teile drin sind mit dem kompletten Bonus-Material und sogar ein Booklet oben drauf und so. Und deswegen überlegt man sich da sicherlich zweimal und kann eventuell auch auf deutschen Ton verzichten, weil es gab schon genug Diskussionen über diese Releases an sich. Und wir werden jetzt mal schauen, was mit den verbleibenden drei Teilen bzw. mit dem Crossover eigentlich jetzt so wird. Und ihr könnt natürlich in die Kommentare reinschreiben, wie ihr so bisher diese Veröffentlichung von Freitag der 13. von 84 Entertainment fandet. Allgemein natürlich, ich muss sagen, es ist im Grunde genommen solide Releases, aber vor allem von der Optik, vom Booklet her sind sie sicherlich sehr toll. Aber wenn man sich so einige andere Sachen nebenbei anschaut, hätte man sicherlich ein bisschen so das Ganze etwas durchdenken sollen. Im Allgemeinen, man hätte nicht unbedingt hier drei Disc-Editionen oder sowas machen können, man hätte es definitiv auch ein bisschen kleiner halten können, den Rahmen an sich. Aber jetzt ist es nun mal so. Und wie ihr die Filme im Allgemeinen findet, natürlich könnt ihr mir all eure Gedanken in die Kommentare reinschreiben. Und das war es jetzt auch an dieser Stelle mit meinem erstmal vorerst letzten Video zum Thema Freitag der 13. hier mit dem wartierten Mediabook zum Killer Cut von Freitag der 13. dem Remake Sequel Reboot von 2009. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.